Eww Das ist so weiß Oder nicht? Mhm Wow, ich hab keine Munition mehr, ist ja geil Oh, das Urteil Komm mal ein bisschen hier ran Ich lutsche Jee, der kotzt Nein, du von hinten Schnellst du mich schon? Nein, Body Auf Wiedersehen Da musshin 궁ugi Das brauchen sie, jetzt nix Dann bin ich tot Das wird die Das wird der technische Das fängt ja schon mal gut an ohne Heidekraut, ohne alles. Keine Munition. Keine Munition. Sicher, sicher. Ob ich hier nur noch eine Farbband habe? Ich möchte nur überlegen mich an den anderen von mir vorbeikommen. Mehr Objekte können Sie nicht tragen. Ach! Woher, warum bedenkt man Säften? Wo eine Kiste drin ist. Ich kann ja auch nicht mal diese Seilkraut mitnehmen. Nee. Nee. Ich weiß nicht, dass du da bist. Bleib mir mal in Ruhe. Feilspitze! Yeah! Überall liegt irgendwas rum. Mehr Objekte können Sie nicht tragen. Ach nee. Schlossen. Oh, ich habe abgeschlossen. Cool. Oh. Kritisch. Ach. Hätte ich jetzt nicht verwendet. Nein. Ich bin im Marsch. Oh, ich bin im Marsch. Ich bin im Marsch. Du bist ja nicht rum. Ich bin im Marsch. Und ich bin im Marsch. Jetzt kommen wir dir jetzt mal wieder Platz ab. Grünes Kraut mitnehmen, nein, tu nur so, einmal verwenden, dass ich wenigstens im grünen Bereich wieder bin. Nichts mehr. Was? Was ist da? Ach so. Nein, das ist das. Oh, es ist da. Ja, mitnehmen und ähm... Was hast du gehört? Der hat sich angeschrieben. Warum greifen wir an? Angeknurrt. Ich liebe es geknurrt zu werden. Du meinst angeknurrt zu werden. Meine ich doch. Also ich bin heute echt blöd. Ja, heute ist gut gesagt. Die Frau liebt dich auch. Ich lese schon mittlerweile. Falsch. Anstatt Peridot habe ich Periode gelesen. Die Pfeilspitze fehlt aus Periode. Alter. Ja. Oh ja, also das wird noch lustig heute. Wenn ich sogar noch falsch lese. Das sieht gut. Fängt alles gut an mal. Ja. Ja. Das erste Mal tot. Wieder zu blöd zu heilen. So viel zu speichern? Äh. Das sowieso. Ich habe noch ein Fahrband. Da muss ich jetzt erstmal ein Stück spielen, damit ich es wieder verwenden kann. Was? Besonders in Wrestling 2? Hm. Was ist denn hier vorhin? Oh ja. Vor allem. Ich muss jetzt wieder zum Kotzi und zum Digi. Was? Zum Kotzi. Äh, Kotzi und zum Dickenmusik. Achso. Zum Kotzi und Digi. Ha. Ja. Zum Glück steht der Aufkauf. Ah ja. Schon mal muss ein bisschen innen, bisschen tauch. Oh ja. hier war ja da ist ein kack vom buch dass du fluchten mitnimmst buch der verfluchten eine die nicht böse riecht eine die nicht böse sieht eine die nicht böse sagt riecht oder sieht das ist hier die frage wenn alle vier in ihrem platz finden erwacht die macht des bildes die ich ihm sagen sterben also mit mir aber klar dass du mich jetzt erwischt wenn das messer bei souvenir so hat sich jetzt nur wo war überall der schüssel gepasst hat auch 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 Ich bin auf der Gare. tschüss verschlossen ein russer so wohl treff mal an vorbeistehen ja nö nö und das war ein Headshot wow wir haben diese Spieler in den Headshot teil zu kriegen ist echt schwer ja von der anderen Seite verschlossen von der anderen Seite verschlossen ach das ist ja die komische Hundepfeife die Leute nennen der ja heiß sowieso denn da ja lasst mich hinruhe ja 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 speichern beendet ja komm jetzt geh raus danke nein ja 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 Dort. Stimmt, hier war es ja noch so eine Sache mit dem Heilen. War es ja nicht alle zwei... Nein, natürlich nicht. Weil ich schlecht bin. Sie haben die Kanister aufgefüllt. Trotzdem habe ich keine Heilung. Naja, ich weiß wo Heilung ist, aber da bin ich nicht wovor hin zu rennen. Lass mich hier in Ruhe. Ja, ich weiß. Du bist fast kaputt. Geh trotzdem durch. Ich weiß, warum es nicht auf dem Kopf fällt, wa? Wie war das? Hier. Was? Dann lass das nicht. Meinst du, da ist? Ähm... Ich weiß, wie man da dackelt sich krühe, was er raus hat, die da gemerkt haben. Ach ja, hier war ja die Gemüchefalle. hier ist nichts interessantes wie zu gern würde ich diese waffe jetzt mitnehmen nein ich brauche weißt du doch die einen schott gegen die andere schott die funktionierbarer schott gegen kaputte schott sie den stöpsel und das ein zombie erwecken hat der schlüssel der schlüssel muss man kacken ich könnte hilfreich möglicherweise könnten sie mit einem schlüssel aufschließen ich habe nicht genug platz renn wenn du nicht sterben willst oh, mich will hier ok